Musik 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 Seit 2006 wird in der Kornion-Gewebebank Schwerin die Amion präpariert. Amion, das heißt, das ist die innere Eihaut der mütterlichen Plazenta, die durch eine Lebensspende gewonnen wird. Dafür muss man aber das Einverständnis der Mutter vorliegen haben. Es eignen sich auch nicht alle Geburten zur Spende einer Amion. Das müssen geplante Kaiserschnitte sein. Wenn diese Spende erfolgt ist, kriegen wir Bescheid von unserem Kreißsaal. Mit der Abteilung stehen wir in sehr engen Kontakt. Dann holen wir uns die Plazenta ab und dann wird sie zur Präparation vorbereitet. Bislang wurden bei uns in der Bank bisher Präparate hergestellt in einer Größe von 20 x 20 mm, die ausschließlich für die Ophthalmologie benutzt worden sind. Seit kurzem haben wir auch jetzt die Indikationserweiterung durch das Paul-Ehrlich-Institut, verschiedene andere Größen anbieten zu können. Zum Beispiel 7 cm x 7 cm ist für uns jetzt das Größte, was wir anbieten können. Von über 5 x 5 cm oder 3,5 x 3,5 cm. Die Amion-Membran dient als temporärer Hautersatz. Zum Beispiel für die HNO-Kliniken, für die Mund-Kiefer-Gesichtskliniken, für die Hautkliniken. Das sind alles Kliniken, die diese Amion benutzen können, weil aufgrund dieser Inhaltsstoffe, die in dieser Amion-Membran vorhanden sind, eine sehr gute Heilungschance besteht. Bei uns in der Cornea und Gewebebank Schwerin wird die Amion-Membran ausschließlich präpariert. Die Vermittlung und die Bestellung läuft aber über die Vermittlungsstelle der DGFG in Hannover. In diesem Jahr haben wir bereits 11 Amion-Präparationen gemacht. Das heißt, aus einer Amion-Präparation kriegt man so etwa, je nachdem wie groß die Amion-Plazenta in dem Sinne ja auch ist, so ungefähr 100 Präparate raus. Wir decken deutschlandweit etwa die Hälfte des Amion-Bedarfs ab.